so nächste pause noch 228 spieler und die beiden sind immer noch dabei ganz stark blinds sind 3.000 fabs hat 104.000 und andy hat 119.000 und so langsam bin ich ein bisschen aufgeregt warten wir mal ab wie es weiter so läuft 80 dollar sind zum sicher gleich 90 dollar für jeden das ist schon mal nicht so blind für dich sagen und heute könnte einiges gehen ja schon ist noch nicht so viel passiert zwei letzten pause vor 100 schon schon wie lange schon fünf stunden ich war auf 100 ich war auf 140.000 wo aber habe jetzt ein bisschen versucht was zu machen eben noch mal vieler geräst am button klicken wir es muss davon aber seit der letzten pause knapp 4000 gewonnen das ist in ordnung andy ist auch gut dabei und gucken ob wir gut cashen ja mal schauen ist alles offen wir melden uns dann wieder oder ein gutes gefühl